Ein Wiedersehen gab es am sechsten Spieltag nicht nur mit der HSG Wetzlar, sondern auch mit Stefan Knäher und Philipp Weber. Beide Ex-Magdeburger spielen ab dieser Saison für die Hessen. Für beide Mannschaften ist der Druck nach jeweils verlorenen Spielen am letzten Spieltag enorm. Schon am Anfang war klar, um die zwei Punkte wird gekämpft. Und so war es auch. Schon von Beginn der Partie an war das Spiel ausgeglichen. Durch das Tor von Ewa Skleschnicks ging die HSG mit 2 zu 3 in der fünften Spielminute in Führung. Aber der SCM glich schnell wieder aus. Michael Damgaard mit dem 3 zu 3. Er war es auch, der die erste Führung für den SC Magdeburg erzielte. In der 20. Spielminute traf Michael Damgaard zum 8 zu 7. Aber die HSG ließ sich nicht abschütteln. Schnell trafen sie zur erneuten Führung. Kasper Quist trifft zum 8 zu 9. Die Grün-Roten ließen aber nichts zu und prompt kam der erneute Ausgleichstreffer. Kreisläufer Jakob Begerstedt mit dem 9 zu 9. Das Spiel war weiterhin ausgewogen. Erst in der 28. Spielminute gelang dem SCM die erste Zwei-Tore-Führung. Keeper Dario Quenstedt hält und im Konter feuerte Finn Lemke den Ball ins Tor. Der SCM hätte mit zwei Toren Vorsprung in die Kabine gehen können, aber da war noch der Ex-Magdeburger Philipp Weber. Fast mit dem Halbzeitpfiff gelang ihm der Anschlusstreffer für seine Mannschaft. Die zweite Hälfte fing an, wie die erste aufgehört hatte. Es war pari-pari zwischen dem SC Magdeburg und der HSG Wetzlar. Das Spiel wogte hin und her. Hier trifft Metz Christiansen zur zwischenzeitlichen SCM-Führung. In der zweiten Halbzeit konnte sich der SCM mehr und mehr absetzen, so wie in dieser Szene. Zur Vier-Tore-Führung traf linksaußen Yves Grafenhorst. Trotz des Rückstandes kämpfte sich die HSG erneut heran. In der 51. Spielminute warf Evers Kleschnitz ins leere Tor und traf zum Ausgleich 23 zu 23. Aber der SC Magdeburg hatte einen Michael Damgaard im Spiel, der in den entscheidenden Minuten zum Matchwinner wurde. Mit seinen Toren brachte er den SCM wieder in Front. In der Schlussphase wurden die Zuschauer mit einem Handball-Leckerbissen verwöhnt. Michael Damgaard leitete zum Camper ein und rechtsaußen Robert Weber verwandelt ihn zum 28 zu 25. Die HSG hatte wieder die Chance zu verkürzen. Ausgerechnet Philipp Weber trat in der letzten Spielminute zum 7 Meter gegen Jannik Rehn an und der Däne im SCM-Tor bleibt Sieger. Im Gegenzug fiel das letzte Tor der Partie und es gehörte Michael Damgaard. Er warf von der Kreisläuferposition das 30 zu 26 und erzielte somit auch seinen zehnten Treffer in diesem Spiel. Nach einem hart erkämpften Sieg gewann der SCM gegen die HSG Wetzlar und verbucht zwei Punkte auf seinem Konto. Am 7. Oktober geht es für den SC Magdeburg in Stuttgart weiter. Hier wartet dann der TVB 1898 auf den SCM. Aber nun erstmal die Stimmen zum Spiel. Wir wollten natürlich so lange wie möglich dranbleiben, damit hier Magdeburg vielleicht ein bisschen nervös wird. Und wir haben es über die ganze Spieldauer einfach nicht geschafft. Michael Damgaard hat den Strip zu kriegen, der gefühlt 15 Tore gemacht hat. Ich glaube, fünf Minuten vor Schluss bei uns schienen. Da tun uns die zwei Minuten Teilschrauben natürlich sehr weh. Da ist der Magdeburger auch zwei weggezogen. Das konnte man dann leider nicht mehr umdrehen. Stefan, wie geht es deinem Magdeburger Kind? Meinem Magdeburger Kind geht es sehr gut und dem Heidelberger Kind geht es auch gut. Wir halten uns beide richtig auf Trab, aber es macht auch riesen viel Spaß. Von daher, der Familie geht es gut. Es sind alle gesund. Das ist erstmal das Wichtigste. Natürlich hätte ich gerne auch was Zellbares mit einer Wetzlar genommen oder wir. Von daher sind wir schon ein bisschen jetzt gerade, wie das Spiel halt lief, ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, wenn man das ganze Spiel sieht, auch unseren Kampf sieht, dann können wir da positive Sachen mitnehmen. Ich denke, das war lange Zeit auf Augenhöhe. Und die Motivation hat man dir schon ein bisschen angemerkt, oder? Natürlich. Ich brenne für meinen Verein. Ob das in Magdeburg der Fall war, in Leipzig oder jetzt in Wetzlar, gar keine Frage. Da gibt es auf dem Feld keine Freunde. Von daher ist man natürlich immer motiviert bei jedem Spiel. Vielleicht bei dem Spiel noch ein bisschen mehr, weil es meine Heimat ist. Aber nichtsdestotrotz wäre es geiler gewesen, wenn wir zwei Punkte mitgenommen hätten. Es war ein schwieriges Spiel. Die haben das Tempo rausgenommen. Das war nicht einfach für uns. Aber wir haben das eigentlich gut gelöst. Wir hatten ein bisschen Probleme in der ersten Halbzeit. Aber trotzdem fand ich, wir haben immer gute Lösungen gegen die Abwehr und eigentlich auch ziemlich gut in Deckung gespielt. Und dann hatten wir in der zweiten Halbzeit die Möglichkeit, in der Mitte wegzulaufen. Aber die haben das wieder gut gemacht und wieder das Tempo komplett rausgenommen. Aber am Ende war kopfkalt und wir haben das gut gemacht. Die Mannschaft hat die Unterschiede heute. Alle haben seine Arbeit sehr gut gemacht. Und das macht auch meine Arbeit mir einfach. Das war die Wichtigste heute. Das alle haben es sehr gut gemacht. Alle fragen sich, woher nimmt der Junge die Energie? Plötzlich macht es da Bums um den Arm und der Ball fliegt. Ja, aber das sind auch die Probleme. Wir haben so viele Spiele. Ich habe einen langen Sommer und ich möchte sehr, sehr gerne zu gewinnen. Ich habe sehr viel Fokus auf jedem Spiel. Aber manchmal bekommt man vielleicht auch so viel Fokus. Aber heute war ich auch ein bisschen mehr locker. Und ich denke, das war die Unschiede für mich. Und ich hoffe, ich kann weiterspielen wie heute. Mit dem Ergebnis sind wir auf jeden Fall zufrieden. Weil Gummersbach hängt es natürlich noch im Knochen. Das ist auch keine Frage. Das Publikum hat uns sensationell unterstützt. Da muss ich mich wirklich bedanken. Und ja, ich glaube, wir können froh sein, dass wir auch Michael Damgaard haben, der dann in der entscheidenden Phase da alles richtig macht. Ich hatte keine Gala erwartet heute, bin ich ganz ehrlich. Wir haben jetzt noch, glaube ich, neun Tage bis Stuttgart. Und wir müssen immer weiter zusammenrücken. Die Defizite, die wir haben, abstellen. Heute war ein guter Schritt. Und jetzt gucken wir weiter. Viel wichtiger für uns war, dass wir uns selber gefordert haben für diese zwei Punkte. Die waren für uns als Mannschaft enorm wichtig, um einfach ein bisschen den Druck rauszukriegen. Was das Publikum macht, man kennt das in Magdeburg. Die sind sehr gut. Und wie gesagt, heute haben sie auch super Stimmung gemacht. Und natürlich uns auch dann am Ende zu diesen zwei Punkten getragen.